Moin und herzlich Willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day und Swing Dating Sektion der Formation Slater am Freitag, dem 15. August 2014. Das Wochenende steht vor der Tür. Für viele bedeutet Wochenende vor der Tür, yeah, ich kann das Wochenende genießen. Für andere bedeutet oh nein, ich habe am Wochenende Dienst und muss arbeiten. Kenne ich auch noch lange Zeit. Habe bedeutet mittlerweile der Freitag und das kommende Wochenende dafür, dass in den nächsten Tagen das Fundament gelegt wird dafür, wie erfolgreich die kommende Woche ist. Denn ich fange immer ab Freitagnachmittag schon an, alle DAX-Werte, MDAX-Werte, TechDAX-Werte durchzugucken. Das schaffe ich nicht alles am Freitag. Am Samstag geht es weiter. Und dann natürlich auf unsere Bullen- und Bärenliste sind fundamental vorgescreente Werte, die wir dann technisch stellen, nicht nur im deutschen Raum, sondern insbesondere auch im US-amerikanischen Raum. Warum erzähle ich ihnen das? Weil viele Leute glauben, die müssten jeden Tag alle Aktien durchgucken. Das funktioniert vom Zeitmanagement nicht. Es funktioniert viel eher, dass du das durchguckst und sagst, okay, für die kommenden Wochen sind diese Werte für mich interessant und das handele ich auch. Man kann natürlich auch dann jeden Morgen aufstehen und sagen, oh, gucken, wer ist bullig, wer ist bärisch und dann versuchen auf den Markt zu reagieren. Das ist nach meinem Dafürhalten sehr kurzfristig gedacht und reagiert. Und Traden hat ganz viel mit Strategie, mit Planung zu tun und deswegen sind diese Wochenenden für mich extrem wichtig. Bevor wir gleich auf den DAX schauen, lassen Sie mich Ihnen eine Sache zeigen. Kennen Sie NBI? Das ist der NASDAQ Biotech Index. Fällt Ihnen was auf? Das ist eine bullische Wimpel-Formation. Das ist die Stange und das ist der Wimpel. Man kann nicht den NBI selbst handeln, sondern man muss dessen ETF handeln, IBB. Aber viel interessanter ist nicht nur, dass man hier IBB handeln kann, sondern wenn diese Dreiecksformation bullish aufgelöst werden sollte und ich zeige Ihnen doch noch einmal kurz NBI, den Index selbst, dann werde ich nicht Ihnen sagen können, jawohl, der Markt wird definitiv jetzt hier sowas, was der hier gemacht hat, hier drauf packen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir so von 2760 in Richtung 2880 laufen werden, in Richtung 2900 laufen werden, ist deutlich größer. Vielleicht laufen wir darüber hinaus, aber das ist schon sehr interessant, um dann fundamental starke Biotech Aktien, die entsprechend technisch stark sind zu traden und darauf werden wir uns fokussieren in der kommenden Woche, wenn wir hier durch den Widerstand gehen. Ich wünsche mir, aber der Markt macht nicht das, was ich mir wünsche, dass der nicht in einem durchgeht, weil dann haben wir jetzt schon ein paar Tage eine bullische Bewegung gemacht. Gerne bitte anhalten, ein bisschen zurückkommen und sich Zeit lassen, von mir aus auch eine ganze Woche und dann traden wir das mit einem guten Chancen- Risiko-Verhältnis. Darauf werden wir uns in den nächsten Tagen auf jeden Fall fokussieren. Wir schauen jetzt auf den DAX. Wir gucken auf den 15-Minuten-Chart, denn wir hatten auch gestern hier auf den 15-Minuten-Chart geschaut und ich hatte Ihnen gesagt, Freunde, wir haben Potenzial. Wir haben eine größere Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Markt sich in Richtung 9,4, 9,5 und möglicherweise 9,6 bewegen möchte. Aktuell ist es mit dieser potenziellen Schulter-Kopf-Schulter-Formation so, dass wir direkt an der Nackenlinie dran sind. Da arbeiten wir uns gerade ab und wir hatten gesagt, erst wenn wir durch diese Widerstandszone gehen, zwischen 9,240 und gestern hatte ich Ihnen das auf Schlusskussbasis gezeichnet, 9,272. Da sind wir auch gestern dran hängen geblieben. Ich würde gerne diese Zone an den Schatten noch höher ziehen. Das heißt, wir sind da auch gestern gar nicht drüber gegangen, nämlich an die 9,3. Da drüber hätte der Markt Potenzial. Ich hätte, das sage ich Ihnen ganz offen, ich hätte ein Problem damit, wenn der Markt hier durchgeht, jetzt bullisch rein zu trainen. Dann ist es mir lieber, wir brechen das und dann will ich sehen, mit welcher Dynamik der das macht und dann soll er nochmal zurückkommen und diese Zone testen. Ich habe ja gar keine Eile. Wir haben genügend Positionen auf der bullischen Seite schon aufgebaut, hier in dieser Zone und müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus noch mehr kaufen. Das ist keine Zone, in der ich mich in Anführungszeichen wohl fühle. Auch mit dem, was man beim S&P 500 sieht, sind Sie übrigens ganz herzlich eingeladen, sich das anzuschauen, zeigt Ihnen Silvio heute wieder eine neue Ausgabe. Und deswegen, entweder scheitert der Markt hier in dieser Keilformation, macht was bärisches, insbesondere wenn wir im 15-Minuten-Chart unter die 9.200 gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung in Richtung 9.050, 9.000 viel, viel größer. 9.100 ist sehr sicher, aber 9.050, 9.000 größere Wahrscheinlichkeit, wenn diese bärische Keilformation bärisch aufgelöst worden ist. Wenn wir hier oben drüber gehen, dann würde ich erst den Pullback an diese Unterstützungszone traden wollen und nicht direkt den Ausbruch hier handeln. Es ist auch sehr gut, wenn wir einmal hier auf den Stunden-Chart schauen. Schauen Sie sich das an, wie der hier hingekommen ist, durchgerauscht ist, dann war es Widerstand und dann ist er nochmal durchgerauscht. Und hier sind wir einfach in der Widerstandszone, hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir scheitern und noch einmal eine Gegenbewegung machen. Nochmals, unterhalb der 9.200 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir die 9.1 machen, sehr groß, eher 9.050, eher 9.000. Und schauen Sie sich das an, im Bereich der 9.200 läuft auch aktuell die 20-Stunden-Linie bei 9.200, diese horizontale Linie, die wir mit Karacho genommen haben. Also hier würde sich das entscheiden, ob der Markt nochmal Potenzial hat für eine Fortsetzung. Achten Sie darauf, der Markt kommt selten, wenn er zurückkommt an die 9.200 und rutscht durch, sondern macht nochmal einen kleinen Bounce und dann kann er vielleicht nach unten hin durchrutschen. Wenn wir diese Widerstände aus dem Weg genommen haben, da gucken wir nochmal auf den Tag drauf, dann haben wir Potenzial übergeordnet. Durch die 20-Tage-Linie in Richtung 200-Tage-Linie in Richtung 9.500, in Richtung dieser aufwärtsgerichteten Trendlinie zu laufen. Auf der bullischen Seite, wenn der Markt wirklich bullisch werden will, dann wäre es interessant, Carl Zeiss Meditek, die haben gestern Zahlen gebracht. Die Zahlen waren nicht so berauschend. Der Markt reagiert aber stark darauf. Unter anderem waren die Zahlen aber auch deswegen nicht so berauschend, weil der japanische Yen sich besonders stark gezeigt hat. Wir haben hier eine Art bullische Wimpel-Formation, die hier gerade nach oben aufgelöst worden ist. Wir warten das ab. Wir warten das ganz bewusst ab. Denn wir haben hier dazu, schauen Sie sich das an, diese horizontale Zone deutlich abverkauft. Wieder abverkauft. Und wenn, dann würden wir das oberhalb der 23,50 handeln oder wenn der Markt noch einmal zurückkommt. Zumal gestern das Volumen nicht so berauschend war. Wenn er hier richtig viel Volumen wäre, würde ich sagen, okay, alles klar. Hohe Wahrscheinlichkeit. Wollen wir auf jeden Fall trainen. Ansonsten habe ich Ihnen gestern gezeigt. Möchte ich Ihnen gerne heute nochmal zeigen, damit Sie auf jeden Fall ein Auge drauf haben. AA Real Bank, auch eine Bullenflagge. Insbesondere wieder in diese mittelfristige Trendlinie reingekommen. Sieht stark aus. Muss aber erstmal die Widerstände aus dem Weg räumen und kann sich gerne nochmal ein bisschen ausruhen, Luft holen. Und wenn das dann auf der bullischen Seite bullisch aufgelöst worden ist, würde uns das interessieren. Bei den US-amerikanischen Werten. UBNT. Da haben wir den. Trend begrenzende Linie. Übergeordnet. Wirklich sehr, sehr bullische Bewegung. Und hier dann eine Art Dreieck. Die untere Linie habe ich nicht gezeichnet. Wenn der hier durch diese Widerstandszone bei 44 Dollar geht. Dann sehr interessant. Was ich Ihnen immer wieder gezeigt habe, zeige ich Ihnen auch gerne nochmal. Yahoo. Hier Widerstandszone bei 37 Dollar. Hier war es noch Unterstützung. Widerstand, Widerstand, Widerstand dazu. Bullenflagge bullisch aufgelöst. Dann werden wir auch oberhalb der 200-Tage-Linie. Oberhalb von allen gleitenden Durchschnitten lange konsolidiert. Dann hat der Potenzial durchaus in Richtung 40 Dollar zu laufen. Das sind dann knappe 10 Prozent auf der bullischen Seite. Und wie gesagt, am Wochenende wollen wir gucken, was denn so bei den Biotech-Werten interessant ist. Das besprechen wir miteinander. Wenn der Markt scheitern sollte, dann ist durchaus interessant. ThyssenKrupp auf der bärischen Seite. Da haben wir den. ThyssenKrupp, schauen Sie sich das an. Doppeltop. Nackenlinie. Der Versuch durch die Nackenlinie durchzugehen scheitert. Wir müssen gucken, wo der am Ende des Tages schließen wird. Wenn der das nicht schafft hier, diese Horizontale zu verteidigen. Und wenn er wieder unter die 20-Tage-Linie fällt, gucken Sie sich das an. 20, 97 über die Stunde machen wir gerade eine bärische Keilformation. Entweder der löst die bärische Keilformation bullisch auf. Interessiert mich nicht auf der bullischen Seite, weil der Wert auch nicht besonders fundamental stark ist. Ansonsten, wenn wir wieder unter die 200-Stunden-Linie gehen, unterhalb der aufsteigenden Trendlinie gehen, unterhalb der 20-Stunden-Linie gehen und damit dann auch unterhalb dieser horizontalen Zone sind, dann sind wir auch alles unterhalb der 21. Dann wäre das interessant kurzfristig, das in Richtung 20 Euro zu traden. Aber entsprechend auch nur über den Stunden-Chart wäre das interessant. Sollte der DAX ebenfalls wie gesagt scheitern, dann wäre es auf der Short-Seite hoch tief ebenfalls interessant. Das ist eine Low Base. Der Markt wird abverkauft und bleibt einfach liegen. Schauen Sie sich das mal an in der Woche. Sollen wir jetzt weit raus gucken. Großes Dreieck. Was daraus wird, müssen wir abwarten. Wichtige horizontale Unterstützung. Natürlich die 200-Wochen-Linie, aber hier eine weitere horizontale Unterstützung. Unterstützung abverkauft worden. Versucht da durchzukommen, schafft er nicht. Also das Ding hat eigentlich Potenzial in Richtung der 200-Wochen-Linie zu laufen, wenn der DAX schwach wird. Und wenn der schwach wird, dann hier diese Low Base-Formation. Wäre aber für mich persönlich eher interessant, über den 4-Stunden-Chart zu traden und nicht über den Tagesschart. Und wenn über den Tagesschart wirklich kerzenweise, das auf der bärischen Seite. Wenn Sie sagen, was ist mit den Forexes? Die Forexes sind hier bei uns auf der Seite. Sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Das mache ich, um die Videos nicht zu lange zu machen. Die Forex-Fans wollen das dann auch vernünftig aufgearbeitet haben. Wenn wir Videos machen zu den Forexes, durchaus möglich mache ich sie separat. Ansonsten kriegen Sie die am frühen Vormittag hier auf unserer Blogseite die interessanten Setups dargestellt und Sie wissen alles Weitere sonst auch über unsere Trägerliste. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, sind wir natürlich am Wochenende für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Rohstoffen. Wir sind gespannt, was hier Gold und Silber machen werden und wer den Kampf gewinnt. Ob Silber die Schwäche fortsetzt oder ob Gold es schafft, die Widerstande aus dem Weg zu räumen und dann in Richtung 13.30 zu laufen. Was bleibt mir noch zu sagen? Na klar, Silvio ist nachher für Sie da. Und ansonsten Montag in alter Frische mit neuen Setups, die wir dann am Wochenende herausgearbeitet haben, lade ich Sie ganz herzlich ein. Genießen Sie das Wochenende. Wenn Sie arbeiten müssen, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Dienst. Mein Name ist Hamedes Naashari und ich freue mich, wenn ich Sie am Montag wieder begrüßen darf. Vielen Dank. Vielen Dank.